Herzlich willkommen beim Berliner TSC, der Sportfamilie an der Spree. 178 Kinder waren gekommen, 6 Jahre jung die Kleinsten, 10 Jahre die Größten. Und allesamt wollten sie beim Berliner TSC Weihnachtsschwimmen. Gerade für die Jüngeren, für viele war dieser Wettkampf ja überhaupt der Erste, waren Vorbereitungen und Veranstaltungen sehr aufregend. Nicht aufgeregt zu sein, sondern still zu bleiben, ruhig zu bleiben vor dem Start und dann geht das eigentlich. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, durfte der Weihnachtsmann nicht fehlen und der hatte für alle etwas mitgebracht. Das Highlight der Veranstaltung war auch in diesem Jahr wieder die Familienstaffel. 55 Teams nahm teil. Und großer Applaus für Sido Malu und Donda Tamino, die Gewinner der Familienstaffel 2017. Wir haben Eltern dabei, die selber wirklich Top-Schwimmer früher waren, aber wir haben genauso die Eltern, die einfach nur dabei sind, weil ihre Kinder schwimmen. Und genau das macht den Spaß an diesem Wettkampf aus, dass es wirklich für jeden ist und alle miteinander Spaß haben. Obwohl am Ende haben bei dieser Veranstaltung natürlich irgendwie alle gewonnen. Nicht zuletzt durch die ganz besondere Atmosphäre beim Weihnachtsschwimmen des Berliner TSC, der Sportfamilie an der Spree.